Morgen! Morgen! Was geht denn hier? Trainingssession und Analysen. Ja moin! Wir sind live auf Twitch, Leute. Ihr seid im Vlog. So, und jetzt der ganze Chat. Tag im Vlog. Go, go, go! Spam, 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 Spam! Ja moin! Tag im Vlog. Und noch ein bisschen nach draußen gefilmt hier. Leute, wir haben grad gestreamt und jetzt gehen wir runter zum Run It Up Reno Festival. Heute geht's los. Oktober der 19. Wir nehmen euch mit. Ihr seid live dabei. Naja, entweder live auf Twitch oder hier in unserem Vlog. Denn das ist Vlog Nummer 4. Und jetzt geht's los. Ich фnie, was ich gerade. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tag im Vlog. Im sorry, bro. Ich hatte den Gefühl, dass das was. Wenn ich jetzt wiederholt. Um, I've got a scene. Oh, I'm telling you, it's not. 6,000. I forgot the series, bro. Helmet? 6,000. 3, 4, 5. Wow. I'm sorry. It's okay. Yeah, three, one away. Yeah, yeah. Well, let's go. Let's go. So awesome. Well done. Come on. Yeah, re-entry. Next bullet. Friends, I'm just coming to the table. The second hand is directly Assi. I already knew it from the Bahamas. I enjoyed it. I got a turn in against Assi-Dame. And one lady was there. I have Assi. And then another lady. GG, but the next bullet. Now let's hold. First of all, This is a bullet number 3. And now let's go to theuit. First of all go to Assi-Dame. Now let's go to Assi-Dame. And now let's go. All right. Now let's go to Assi-Dame. Abschluss war ja noch Afe Jake gegen 10.6o für 13 Bicks oder so was. Ja, starker Call von ihm. Leider 10 gekommen und ja jetzt dritte Bullet. Ich hoffe die hält, aber jetzt noch vor, schnell was zu trinken holen. Ich glaube die Kamera ist flugging. Ich hoffe so. Das ist gut flugging. Das ist gut. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich habe es nicht so lange, dass ich die Handball jetzt habe. Oop. Noch ein. Was die Hölle? Du hast auch einen Rat, zu. Gut, gut. Musik Musik Ich liebe deine Hände. Kannst du nichts anderes spielen? Nein, nein, nein. Ich bin ziemlich hart. Ich habe nur in den Sand. Leute, 22 Uhr. Und wer ist immer noch drin? Unsere Maus ist noch da. Und Kmart. Still in the mix. What's up? Close to the bubble? Grind it up. Yeah? Go for it, man. Let's go. Wie viel hast du? 30.000. Okay. Auch 180. Nice. Das schmeckt. Und es gibt 6k for first. Wir sind kurz vor der Bubble. 400 ist der Min Cash. 235 war das Buy-In. Kmart noch in the mix. 126 Leute. Und Matt Staples in the house. R Schoenberg. What up, guys? Say hi to the vlog. Say hi to the vlog. How far did you get? I met in about 11 Minuten. Okay. Oh, that sucks. One bullet. That's a win. You're out too, right? Yeah. Two bullets. I didn't even make a run at it. That sucks. Oh, they're in the money? They're in the money? In the money. Everybody in the money. Nice. Look who we got here. Team Pro. Team Pro. Team Pro. And Nikimos. Really pro. Too many Team Pros for you. This is like the vlog drink. Yeah, that is. Look at this. So funny. This is not ice in all of them. Well, at least you got position on all of them. You want to say hi to the vlog? To all the Germans. Run it up. Yeah. Stop. Tell me what's going on. What's going on? Wait a minute. We have to pick up the badge and run it up. Look here. 50% of Run It Up Merch Sales during the charity event. How's it going? That's nice. Pretty good, pretty good. How are you? Oh, look. A little busy. I guess you're here for the legs. Oh, yeah. The pass would be awesome. We get a streamer pass. So we can go live and film and vlog. We have the allowances to do everything with cameras. And of course, we're going to promote Run It Up gear here. Also cool shirts. I would like to have that. This is nice. I like this one. And this is also nice. And this one. And this one. And this one. And this one. Okay. is my Run It Up schedule. So, guys. That's my Run It Up schedule. For today, I'm still on the Turkey Burger Party for a meet and greet. Aber ich habe schon gecheckt, die haben keinen veganen Turkey Burger. Feels bad, man. Heute Abend ist ein Charity-Event, da spiele ich mit. Dann Sonntag. Mini-Main wird gespielt. Das Cash Game Hangout abends. Da soll ich Taiwanese-Priker spielen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Turniere, bei denen ich dabei bin. Und das Moneymaker Spectacular, wo es ein Platinum passt, wenn sie gibt. Ja, so sieht der Schedule aus. Viel zu tun. Voll gepackt. Und jetzt railen wir Niki, ich gehe jetzt wahrscheinlich live, Final Two Tables heute, mit Lex zusammen. 13 Leute noch übrig. Und es gibt 6.000 Dollar für den ersten. Drücken wir Niki Maus die Daumen. So, ich habe jetzt hier diesen super important Streamer Pass bekommen, damit ich jetzt hier in dieser Area alles machen darf, was das Kameraherz begehrt, was das Livestreamherz begehrt. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Ich gehe jetzt live auf Tisch, Freunde, an diesem Tisch. Und wir werden zusammen Niki railen. Freunde, gerade Final Table Bubble Kevin Martin rausgenommen. Und hier wird gestreamt. Und jetzt habe ich noch gerade Lex geblufft, der hat gefolded. Klar, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, kleiner Tipp, wenn er Button Open Race, Small Blind, dann kannst du ein bisschen Loser-Drei-Betten gegen Lex. Weißt du auch, seine Streams. Ey, babbel zum Final Table, 6k for first, Freunde. Geil, schippet man. Ja, und Lex neben mir. Ich habe mir neulich noch ganz viel über Lex angeschaut. Run it up gear? No. Leute, unfassbar. Niki ist am Final Table. Das ist unfassbar. Vicky, Vicky. Final Table. Final Table. Final Table. Final Table. Final Table. Zaffel. Chiplead. Nice. Sieht gut aus. Hab ich Pfütze gemacht? Oops. It happens. Pro streamer. Pro streamer. Pro streamer, yeah. Bfizz, shoutouts. Poker School Online. Hey, somebody's a legend. He is, he is. Mickey Mouse, yeah, he's crushing it. 180k recently, right? Yeah, that's right. 180k. Yeah, that's so sick. He's a sick dude. And I have 20%. Let's go. Ship it. Und du kennst du, wer alles startet? Lex! Ich wär ja für... Heads up gegen Lex. Heads up gegen Lex, ja. Das wär mega. Ja geil, gute Glück, Mann! So Freunde, die letzten vier Spieler sind am Tisch. Mega spannend, mit Lex noch dran. Ja, ich hab jetzt außerdem 440 Euro Tickets sicher für das Mini-Main-Event. Also es sind damit 6.500 Procurs. Let's do it! Sohn der Handel. Für mich ist das Puck. Für mich ist das Puck. Hier bin ich mit dem Pull up. En 17, 18, 18, 19, 20, bei 35, in 1850. Danke dir? Danke dir? Freunde, der absolute Wahnsinn. Erstes Turnier, vierter Platz raus für sagenhafte 1.000, nee, klappe 2.000 Dollar. Es gab außerdem noch ein 440-Dollar-Ticket fürs Mini-Main, was ich morgen eh spiele. Also passt das, 2,4k Profit damit für das Turnier. Nee, nicht Profit, nicht. Ich habe mir drei Bullets genommen. Wechsel dann wieder abziehen. 1,8. 1,7k Profit für das Turnier. Mega nice. Ja, jetzt ist hier ein Charity-Event. Ich war gerade auch unten mit Felix. Und da haben wir Lex, Kevin Martin, die ja eh schon hier mit mir gespielt haben. Matt Staples, Jeff Rose und wen noch nicht alles mit dem zusammen gegessen. Die kamen zu uns am Tisch. Mega nice. Und ja, da gab es so schön Burger. Ihr habt die Bilder gerade gesehen. Oder die kommen jetzt. Keine Ahnung. Carsten, ob es jetzt direkt danach davor schneidet. So, jetzt ist auch direkt das Charity-Event. Hier ist echt jetzt, glaube ich, durch den Deep-Brand-Dauer-Action für mich. Yeah, es tut. Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Charity-Turnier. Ich dachte, du wär ein Pief auf nur All-In oder auf Ohl. Ich auch. Aber du hast mir gesagt, das heißt, wenn du All-In warst, kannst du Rebuyden. Vor Charity. Charity, und das geht alles in Charity. Und dann kriegst du halt noch mehr Chips. Und 160 Dollar Wein. Man kann wohl gar nichts gewinnen. Wir sind beide drin für... Wir sind beide drin. Was war das da, beide? 260. 260. 260, beide. Ich habe jetzt 11k. Ich habe gerade nach dem Rebuy, habe ich Königin gegen Asdame gewonnen. So sick. Ich habe gerade ordentlich Chips verloren. Gerade ist jetzt auch die Rebuy-Phase vorbei. Ich habe jetzt nur noch 300-400 Chips. Ganz wenig. Also hier natürlich, hier sind Leute von Microsoft und sonst was, die noch nie gepokert haben. Das ist einfach für den Spaß eine geile Aktion. Ja, es gibt Essen. Auch hier den ganzen Tag nur Essen und sonst was. Ich habe Jeff Broth am Tisch. Und wie heißt der von der Brotha School? Da vorne, äh, Brian. Brian, wie Fizz? Ja. Brian Fein. Brian auch macht Fisch, also die zwei froh. Sonst, ja, ein bisschen Charity-Action. Ja. Ja. Ey Leute, ich habe... Ich habe auch... Du brauchst immer so groß, da fühle ich mich beim Vloggen immer so klein. Hallo! Hallo! Klein Felix will auch mal was sagen. Hallo! Freunde, ich habe heute schon 1.000... Ne, wie? 2.400? Ich denke mal 1.600. 2.400 Bucks bekommen. Und nicht alle 20%? Ey, eher direkt 400. Weck geholt. Freeroll, das jetzt und noch mehr. Ich nehme aus, wenn ich arbeiten lasse. So, ja. Beide geht's weiter. Morgen Mini-Main. Freunde, ich bin mir nicht sicher, haben wir schon ein richtiges Auto oder nicht? Wenn nicht, dann seht ihr das. Vielleicht seht ihr das auch trotzdem. Also, morgen auf seinem Kanal wieder. Der Tag gestern war auch auf seinem Kanal. Also, wenn ihr jeden Vlog sehen wollt, so einige da... Hashe, so einige da auch auschecken. Abonnieren, die Videos gucken. Der... Oha, den Vlog gestern, den habe ich noch nicht gesehen, weil ich den ganzen Tag im Turnier war. Der muss aber mega geil gewesen sein. Der ist auch ziemlich lang. 16 Minuten, da haben wir nämlich was richtig geiles gemacht. Und jetzt gerade freue ich mich vor, jetzt kann ich den noch gucken. Das ist immer geil. Das ist immer geil. Also, peace out! Und natürlich auch hier abonnieren. Ja. Ja, moin. Moin. Ey, was soll's hier sind? Der ist einfach übermüdet, wie betrunken. Aber sind wir natürlich nicht. Das X steht für... Nicht für das Porno X, sondern für das nicht trinken. Ja, aber jetzt so ein bisschen sieht er so aus, als würde es für das Porno X stehen. Also, jetzt Abstimmung. Was kann man doch bei YouTube machen, ne? Abstimmung hier. Steht das X bei X Flix für... Weil er mal Pornos da war oder für No Alkohol? Niemals. Wie kennst du es? Also, gerade beides. Was? Für? Warum liegt ja nicht so das tief hier? Warum liegt hier Stroh? Ja, moin. Okay. Jetzt ist es morgen. Okay, jetzt... Guck, wird gleichzeitig noch Gute Nacht sagen. Gute Nacht. Aber ne, der Block kommt morgens in Deutschland. Dann ja, moin. Moin. Moin, okay. Okay. Komm jetzt raus hier! Ich will schlafen! Ey, das habt ihr schon gesehen in den Box, ne? Guck mal, sein Zimmer. Boah! Oh! Was ist denn mit dem T-Shirt drauf? Hast du jetzt keins mehr an? Naja, dann noch mal ein anderes, ein altes T-Shirt. So, und hier mein Zimmer. Das Gute ist, ich kann... Pass auf, jetzt das Allerbeste. Ich kann losgehen und brauche meine Karte nicht mitnehmen. Ich brauche einfach nur hier die Tür zum anderen Zimmer offen lassen. Ja. Und dann kann ich immer mit ihm rein. Ausgesetzt, die Tür ist auf. Tschüss. Ja, moin. So, jetzt sind wir raus, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, abonnieren, teilen und nicht kritisieren. Pass auf, sag das jetzt fünfmal in Folge. Vielleicht machen die Leute das dann wirklich. Weil das ist echt wichtig. Liken, abonnieren, teilen. Glocke aktivieren. Ja. Und... Das war's. Liken, abonnieren, teilen. Glocke aktivieren. Ja, vielleicht kann der Carsten das jetzt ganz schnell hintereinander schneiden. Ne, fahr auf, dass der das... Und dann machen die Leute das auf jeden Fall. Liken, teilen, abonnieren. Und Glocke aktivieren und nicht vergessen. Liken, teilen, abonnieren. Und Glocke aktivieren und nicht vergessen. Also, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann weiß ich auch nicht. Ja. Tschüss. Tschüss. Liken, teilen, abonnieren. Liken, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren und nicht vergessen. Liken, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren und nicht vergessen. Liken, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren und nicht vergessen. Liken, abonnieren, teilen, Glocke aktivieren und nicht vergessen. Liken, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren und nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.